Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. So, ich würde gerne Level 117 erreichen, denn mir fehlt hierhin fehlen mir noch 20 Sterne, also 4 Level. Die zweite Seite hätte ich tatsächlich auch gerne noch an Belohnungen komplett. Seite 3, 4 und 5 gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Gold, ne, ist nicht meins. Hier, ne, gefällt mir persönlich auch überhaupt nicht. Ja, und Silber oder Platin oder was das darstellen, sondern gefällt mir persönlich auch überhaupt nicht. Da hätte man ein Besseres machen können. Aber wirklich richtig gutes, besseres Zeug. Den möchte ich auch gerne haben. Komplett alles und mal gucken, wie es dann da unten aussieht. Auf jeden Fall. Mal schauen, wie die Runde wird. Ich hoffe, es wird warmermäßig. Darum erstmal Slowkaffee. Oder besser gesagt, Lade Macchiato. Und ich hoffe mal nicht, dass jetzt mein Sohn gleich anruft, denn das ist so gern die Uhrzeit, wo er es versucht. In der Hoffnung, ich würde sein Handy entsperren. Aber nein, er hat festgelegte Uhrzeiten. Weil er bei seiner Mutter ist. Interessiert euch bestimmt alles nicht. Dann ist es mir aber egal. Weil mein Profil. Ich rede hier, was ich will. Und ja. Genau. Boah, MP komme ich überhaupt nicht klar, ey. MP mag ich persönlich überhaupt nicht. So. Wo landet der Vader? Den haben wir ja mittlerweile schon besiegt. Wir haben ja gar keine Aufgaben mehr offen außer tägliche und Meilenstein-Aufgaben. Wir fliegen da lang. Das heißt, wir landen entweder da, da oder da irgendwo. In der Nähe von Crazy Groove? Na, ich weiß ja nicht. Ähm. Ach komm raus. Wir fliegen mal hier in die Richtung. Irgendwo in die Wallachei, ey. Eik, du musst dich jetzt entscheiden. Wo willst du landen? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Äh, yoh. Ja, könnte schlechter ausfallen für den Start. Könnte schlechter ausfallen. Überall wird geschossen. Komm, wir lassen die blaue hier. Ich habe gerade die Angel mit der Waffe ins Wasser gepfeffert. Okay. Alter, wenn du mich verarschst, was angele ich denn hier gerade? Ich habe zwei Liter Waffen geangelt. Geil. Äh, ich muss mal ganz kurz ein Inventar sortieren. Äh, machen wir das so. Wo muss ich denn hin? Oh. Und ich habe kaum Muni. Toll. Geil. Also angeln lohnt sich tatsächlich immer noch. Das ist geil. Äh, Munition würde ich haben. Geil. 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 Boah, Arita, das wird ja immer besser. Also das ist heute ein Glückstag oder so, oder die Glücksrunde. Also das ist heute ein Glückstag oder so, oder die Glücksrunde. Das war jetzt aber knapp. Ich wüsste noch ein ganzes Stück. Okay. 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 Nice. Now, what ist da? Na, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Na, wo bist du? 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 Da, 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 wo bist du? Nett, wo bist du? Da, wo bist du? Nee, da, wo bist du? Das ist nicht meins. Da, wo bist du? Da, wo bist du? Da, wo bist du? Wo ist, wo ist gut? Wo ist gerade geschossen worden? Wo ist geschossen worden? Chillig! Das ist aber noch rechtzeitig entkommen. Nice, nice. Aber ich glaube, hier werde ich nichts mehr reißen. Ach, scheiße. Naja, 14. Immerhin besser als nix. Nun dann, wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spannend. Nächsten Tag und bye-bye! Bis zum nächsten Mal.